hallo freunde ich grüße euch ich habe euch eine schöne strategie aufgabe mitgebracht wir müssen also zuerst mal rausfinden welchen plan haben wir hier mit schwarz und ja wie sieht er aus und so weiter ihr beschäftigt euch erst mal mit der stellung guckt hier kurz rein wer hat welche möglichkeiten beachtet auch immer die weißen möglichkeiten und wenn wir dann die die strategie gefunden haben und unseren plan gefunden haben hoffentlich stimmt er mit der partie halbwegs zu beeinen dann wird es am ende noch eine kleine taktikaufgabe für euch geben also bleibt unbedingt dran viel spaß und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen schön dass du da dabei bist wenn du zum ersten mal da bist ich bin Jürgen der Schachstratege und ich versuche dir mein Schachwissen beizubringen nicht durch taktische tricks oder billige fallen oder sonstiges sondern durch inhaltliche durch strategische überlegungen schau dir ja gerne auf meinem kanal die vielen videos an da wirst du bestimmt was finden und wenn es dir gefällt aber ja gerne dann verpasst du kein weiteres video und jetzt wollen wir mal schauen was wir hier haben zunächst einmal schauen wir uns die stellung hier im allgemeinen an was fällt auf zum beispiel auf der c linie dass dieser springer hier gefesselt ist vielleicht kann man das irgendwie mit B5 B4 aussetzen dann haben wir ein relativ kompaktes zentrum hier ist nicht viel dynamik drin das heißt wir müssen irgendwie und das feld E4 ist auch vor allem in weißer hand ja der laufer guckt drauf der springer guckt drauf die dame guckt drauf da werden wir mit dem springer nicht viel machen können hier das heißt wir haben im grunde zwei optionen wo wir hebeln wollen und können nämlich hier am damenflügel mit B4 ob wir das mit A5 vorbereiten und so könnte man überlegen der zweite hebel wäre dann am königsflügel mit G5 und der sieht ja auf den ersten blick komisch aus denn die halb offene G-Linie verspricht ja doch eher für weiß Angriffsmöglichkeiten wie Turm G1 mal verdoppeln hier und dass der andere Turm beikommt und wir folgen hier einer der Partie von Anurag gegen Setu Raram bei mir auch unbekannte Spieler aber das spielt ja keine Rolle solange der Plan gut ist dass man den nachvollziehen kann wunderbar und wer bei meinem Video über das Niva Geld Manöver aufgepasst hat der wird das hier vielleicht wieder erkennen und eine Idee entwickelt haben denn der schwarze Plan und das kam in der Partie ist König H8 und hier ist die klare Idee Turm G8 zu spielen und dann den Hebel G7 G5 warum weil durch dieses G7 G5 setzen wir diesen F4 unter Druck denn unser Läufer hier guck mal der Läufer guckt auf den F4 der guckt aber auch auf H2 zusammen mit der Dame die ja naja wenn sie keinen Königsangriff hat doch eher irgendwie komisch im Abseits steht aber wenn diese Diagonal des Läufers D6 aufgeht dann steht die Dame wieder super und deswegen versucht Schwarz hier mit Turm G8 und G5 diesen Plan umzusetzen Weiß geht auf die G-Linie, Schwarz spielt Turm G8 und ja jetzt haben wir keine größere Chance für Weiß das G7 G5 zu verhindern Würden wir jetzt als Beispiel eine Variante Turm G5 spielen könnten wir immer H6 einschieben Der Turm muss wieder weg, der kann jetzt hier nicht nach H5 oder sonst wo, muss hier wieder zurück und am Ende würden wir trotzdem G5 durchbekommen und deswegen gehen wir hier wieder in unsere Stellung zurück denn hier hat Weiß jetzt Turm G2 gespielt Die Idee ist hier auch die Verdoppelung, klar, aber der Turm soll auch den H2 mitdenken Wir spielen trotzdem G5, ganz klar, denn wir haben immer die kleine taktische Rechtfertigung dass wenn Weiß hier schlüge, dass diese Diagonale aufgeht, ja für die Dame dann würden wir mit dem Turm schlagen auf G5 ja und dann würden wir hier so ein Turm Schlecht G2 drohen und den Verteidiger von H2 abzutauschen drohen Weiß verdoppelt direkt, lässt sich auf gar nichts ein und ja dafür können wir aber jetzt auf F4 schlagen und jetzt sehen wir auch hier, wir haben den Bauern nicht nur massiv unter Druck gesetzt ja wir drohen jetzt hier einfach einen Bauern zu gewinnen Weiß tauscht die Tür mal ab, um erstmal auf der G-Linie irgendwie alles abzuwehren und er verlässt sich darauf, dass er jetzt mit E4 diese Diagonale schließen kann und hier sind wir bei unserer kleinen Taktikaufgabe, die ich ja für euch schon angekündigt habe Schaut hier nochmal rein, wir haben unsere Strategie umgesetzt, wir haben den guten Hebel gefunden jetzt können wir mit einer schönen Taktik das Spiel auch beenden so, ich hoffe ihr habt genug reingeguckt und ihr habt den Zug Springer G4 gefunden sehr gut, denn wir drohen hier matt, klar deswegen muss Weiß natürlich hier auf G4 schlagen aber jetzt bitte nicht hier zurückschlagen dann ist nur der zweitbeste sondern wir können den Zug F4 F3 spielen, jawohl jetzt haben wir diesen Sargnagel hier beim König unser Läufer ist endlich frei wir drohen auf H2 matt den Läufer drohen wir ja immer noch aber diese Läufer Diagonale ist offen und Weiß kann nur noch H3 spielen, um ja Läufer zu decken, matt abzuwehren dann spielen wir H5, greifen den eben auch wieder an und ja was soll Weiß groß machen er kann hier zum Beispiel den den Bauern schlagen, diesen Sargnagel in Anführungsstrichen würde er, wir gehen mal in einer Variante zum Beispiel E4, E5 spielen, um diese Diagonale zu schließen dann folgt einfach H-G und dann sehen wir jetzt hängt der H3 und dann wäre hier auf G2 sehr sehr schnell Schachmatt zum Beispiel so und einfach weil dieser F3, dieser Sargnagel hier mitgeholfen hat wir gehen wieder zurück in unsere Hauptvariante und Weiß entschloss sich diesen Sargnagel zu entfernen wir schlagen auf H3, klar und König G1 und wer jetzt Mattbilder kennt und ich empfehle ja regelmäßig Mattbilder zu studieren ja, der schaut jetzt hier mal genau hin wir spielen erst mit dem Läufer erstmal Schach und die Dame bleibt hier stehen damit der König nicht fliehen kann also muss der König zurück und jetzt würde man ja vom Mattbild her sagen der Läufer geht nach G3 die Dame nach H2 und dann Dame nach F2 Matt aber unglücklicherweise hier in dem Fall deckt die Dame das deswegen nach dem Schach und diesem Schach haben wir aber noch die Zusatzmöglichkeit eine Figur die wir noch gar nicht benutzt haben nämlich dieser Läufer hier den kriegen wir jetzt auch noch ins Spiel und der König kann nur noch fliehen und jetzt wird die Luft langsam immer immer dünner und wir sehen zwei Läufer nehmen hier alle Felder weg und die Dame nimmt auch noch auf der Grundreihe die restlichen Felder weg und Matt ja, eine spannende Partie wie ich finde mit einer logischen Herangehensweise durch dieses Königer 8 Nivergeld Manöver Turm G8 G5 haben wir unsere Figuren aktiviert und den weißen König unter Druck gesetzt alles klar Freunde ich hoffe euch hat es gefallen ihr habt die Pläne und die Taktiken gefunden wenn ja freue ich mich über ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bis dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal